So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal seht ihr hier ein dickes, fettes Zumpex. Aber nicht irgendein Zumpex, sondern ein Mega-Sumpex. Müsste das sein? Sieht auf jeden Fall mega aus. Im Hintergrund habe ich euch versteckt die Raidmania-Top-List. Ihr wisst, wir haben das ja immer zusammengezählt die ganze Zeit und Julchen hatte da die Nase vorne, bevor wir das jetzt versucht haben monatlich mal auszuwerten. Dadurch, dass Julchen die Nase vorne hatte und immer gewonnen hat und einfach die Liste angeführt hat, durfte sie mir ein Pokémon schicken. Das war ein Pikachu, das habe ich dann immer bei der Raidmania oben eingeblendet. Das habe ich bei diversen Folgen hier immer mit in die Videos reingenommen. Das war ihr Lieblings-Pokémon, genau dieses Bild, das hatte sie mir geschickt. Jetzt im April war es so, wir hatten gleich drei Gewinner sozusagen. Marco Fedex, Drachek23 und Benny3000BE. Die haben alle vier Punkte bekommen. Benny stand ganz oben, alphabetisch. Benny ist der einzige, wo ich jetzt irgendwo einen Kommentar wahrgenommen habe, dass der mir ein Pokémon angegeben hat. Ich hatte ja einen Aufruf gestartet, falls jemand seinen Pokémon geschrieben hat oder irgendwas und ich habe das nicht gesehen, dann tut es mir sorry. Aber beim Benny weiß man ja, der schwört auf Sumpex. Egal was wie wo, Sumpex hier, Sumpex da. Deswegen habe ich mir gedacht, packe ich hier einen Mega-Sumpex rein. Das werdet ihr jetzt immer in diversen Pokémon-Folgen sehen. Das werdet ihr jetzt bei der Raidmania immer mit beim Raidmania-Schriftzug sehen, wie das da drin sitzt und uns einen Monat begleitet. Eben weil die Herren die Liste angeführt haben. Wenn ihr gewinnt, wenn ihr nach dem Monat der Beste in der Raidmania seid, dann kann ich euer Lieblings-Pokémon, euer Lieblingsbild einen Monat lang hier mitführen. Ist alles Quatsch, ich weiß, egal. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar das New Pokémon Snap-Event ist um seit gestern Abend 20 Uhr und alle Leute wollten natürlich einen Shiny-Farb-Igel. Und ich muss sagen, ich habe jetzt im Endeffekt zwei Stück, ja, ganz knapp und easy. Ihr seht, das eine ist sogar noch frisch gefangen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich das erst gestern spät Nachmittag gefangen hatte. Und das er immer die letzten 24 Stunden oder so anzeigt. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Viele haben geschrieben, sie haben 15 Fotos gemacht am ersten Tag und haben direkt gleich zwei Shinies bekommen. Ich habe 15 Fotos gemacht. Nichts. Ich habe mir den nächsten Account genommen, 15 Fotos. Nichts. Ich habe sechs gelbe Accounts durchgeschaut mit jeweils 15 Fotos. Nichts. Ich habe sechs blaue Accounts durchgeschaut mit jeweils 15 Fotos. Nichts. Ich wollte sechs rote Accounts durchschauen, aber beim vierten roten Account, das erste Bild, was ich gemacht habe, war ein Shiny. Und dann habe ich die restlichen 15 fertig gemacht von diesem einen Account und es kam auch ein zweites Shiny rüber. Konnte ich aber nicht tauschen, denn ich bin Glücksfreund mit dem Account. Das wäre sonst Lucky geworden. Jeder würde sich das sofort als Lucky rüber tauschen. Lucky Shiny und so Zeug möchte ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe die zwei trotzdem danach auf meinem großen Account noch bekommen. Ich hatte also circa 240 Fotos gebraucht, bis das erste Shiny kam. Auf einem Nebenaccount. Und dann habe ich trotzdem auf dem großen noch bekommen. Wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr Lucky Friend werde, werde ich mir trotzdem das mit den höchsten WP von dem kleinen Account rüber tauschen, um das auf meinem zu behalten. Und habe die zwei auf meinem, die ja selbst bekommen worden sind, frei, um die wegzutauschen. Und das erste von den zwei Farbigeln ist, glaube ich, schon unter Dach und Fach. Da werden wir vielleicht am Mittwoch in der Raid Mania einen Spezialtausch machen. Und dann einen, was soll ich sagen, einen Glückstausch? Nein, keinen Glückstausch. Aber da werde ich auf jeden Fall was tauschen. Seid mal gespannt. Wenn ihr bei Raid Mania reinguckt, habe ich öfters mal mit dem Benny einen Glückstausch gemacht am Ende, wenn wir Glücksfreunde waren. Und haben das aktuelle Legendäre getauscht. Diesmal geht es aber um was anderes. Ich sage ja immer zu euch, wenn ich irgendwas tauschen würde, dann sind das Shinies. Weil wenn ich einen Shiny noch brauche und dafür 40.000 ausgeben muss und der andere einen Shiny kriegt, wofür er 40.000 ausgeben muss, dann ist das nur gerecht. Es ist komplett sinnlos, dass Leute immer kommen und sagen, hey, hast du einen Shiny Mewtwo für mich, fehlt mir noch, kriegst du auch einen Taubsee dafür. Normales. Dann bezahl dir 800.000, weil die Stufe 2 sind. Die wollen das bezahlen. Die machen das. Aber du hast ja nichts davon. Du kriegst nichts dafür. Es ist komplett sinnlos. Und was zu nehmen von jemandem, der mehr gibt, als er kriegt, mag ich auch nicht. Deswegen war es jetzt perfekt. Shiny Farb-Igel. Bam. Daher die Frage, wer hat keins bekommen? Ich weiß, relativ viele Leute haben einen Shiny Farb-Igel bekommen, aber es gab trotzdem auch Leute, die gar keins bekommen haben. Entgegen, muss man nachdenken und das Gehirn einschalten, entgegen diverser Gerüchte, dass man zu 100% eins bekommt. Nein, war nicht so. Ihr konntet auch einfach keins bekommen. Und wer keins bekommen hat, der soll sich nicht schämen, der kann es ja trotzdem mal drunter schreiben. Dann weiß man wenigstens, ja, ist das jetzt cool, ist das nicht cool, ist das sonst was. Dann habe ich gesehen, ich hatte eine Anfrage bekommen, ob ich vielleicht mal zeigen kann, wie das aussieht mit diesem Belohnungssystem. Da ich doch viele Freunde hier angenommen habe in letzter Zeit, na, Schniedelspitze. Nein, da ich viele Freunde angenommen habe über das Belohnungssystem, ich weiß gerade gar nicht, wie weit ich bin bei der Medaille. Können wir auch mal ganz kurz drauf gucken, wenn wir die Medaille finden. Das müsste das sein. Ich bin jetzt bei 26 von 50 Empfehlungscode-Eingaben und Trainern, die meinen Empfehlungscode benutzt haben, ja. Wer doch helfen möchte, dass irgendwann die Platin-Medaille kommt, das ist der Empfehlungscode. Steht, auch in der Beschreibung mittlerweile, glaube ich, manche wissen immer noch nicht, was das für einen Sinn hat. Die schreiben ihren Empfehlungscode unter mein Video und schreiben, hier Ramses, kannst du mich adden? Kann ich nicht, guck doch mal. Ich habe hier kein Feld, wo ich den eingeben kann. Empfehlungscodes können nur Leute nutzen, die seit 90 Tagen nicht mehr gespielt haben, zurück ins Spiel möchten. Oder Leute, die komplett neu anfangen. Es bringt also nichts, wenn ihr euren Code immer zu euren aktivsten Freunden schickt und sagt, hier, adde mich mal fix. Außer, ihr hängt die Bitte dran, dass die sich einen neuen Account machen, einen zweiten Account oder sonst was. Aber 90% der Leute verstehen das immer noch nicht. Die sagen, hä, bei mir gibt niemand den Code ein. Toll. Wenn du nur aktive Freunde hast, dann können die den nicht nutzen. Und Leute, die seit 90 Tagen nicht mehr spielen, die hast du wahrscheinlich auch nicht in deiner Umgebung oder die siehst du nicht mehr in der Stadt rumrennen oder sonst was. Sie spielen halt nicht mehr und das ist eine komische Sache. Das geht meistens halt trotzdem nur über zwei Accounts gefühlt. Außer, ihr sprecht alte Damen auf der Straße an, ob sie sich extra auf ihr Handy mal Pokémon Go runterladen. Sie müssen es ja nicht spielen. Fremde Leute dazu animieren, Pokémon zu spielen, richtig denen das aufzuschwatzen, das wäre auch noch eine Option. Dann, das Video geht schon wieder viel zu lang, ich wollte doch einfach nur kurz das Zeugs abholen. Wollte ich eigentlich zeigen hier, wenn wir die Belohnungen abholen. Es wurde gefragt, welche Aufgaben man überhaupt machen muss, um an die, welche Aufgaben man machen muss für die ganzen Belohnungen. Ihr seht, das sind die Aufgaben, die derjenige mit dem Empfehlungscode, der den eingegeben hat, auf seinem neuen Account, den er gemacht hat, abschließen muss. Schließe zwei neue Freundschaften, erlöse 20 Krypto-Pokémon, brüte 20 Eier aus, entwickle 100 Pokémon, erreiche Superkumpel mit einem Pokémon, drehe 30 Tage ineinander einen Pokestore, besiege ein Team-Go-Rocket-Boss, tausche fünf Pokémon, besiege drei Rüpel, gewinne drei Raids, erreiche Hyperkumpel, schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab, brüte drei Eier aus, fange 50 Pokémon, gewinne einen Raid. Das ist jetzt hier ein Account, der wurde wirklich wahrscheinlich nur angelegt, kurz um die Medaille zu pushen. Wer auch immer das war, Grüße gehen raus, Dankeschön dafür, den werde ich aber dann wieder löschen, weil sich da ja nichts mehr tut. Anders bei anderen, da tut sich nämlich was. Ich möchte nämlich euch zeigen hier zum Beispiel Hannes Ramses. Macht sehr gut mit, ist jetzt schon bei Level 21 und da möchte ich auch mal die Belohnungen abholen, dass wir zusammen drauf gucken können, was da überhaupt drin ist. Ich versuche das jetzt hier mit dem Schnellfang-Trick alles zu machen. Gelbe Bären vielleicht, keine Ahnung. Also Schnellfang-Trick versuchen, dass wir schneller durchkommen, dann das nächste ab... Das ist ja bescheuert. Jetzt muss ich jedes Mal wieder ganz raus, dann muss ich jedes Mal wieder rein, dann muss ich jedes Mal wieder da drauf, oder was? Dann muss ich jedes Mal wieder da runterscrollen, dann sehe ich, ja, ist erledigt. Dann muss ich hier drauf, damit ich das nächste bekomme, ein wildes Porren da, ja? Ich mache es mal nicht mit Schnellfang-Trick. Mal gucken, wenn das jetzt gefangen ist, ob das wieder in dem Belohnungsmenü ist oder ob das trotzdem wieder zurück auf die Weltkarte geht. Das fände ich ja dann richtig doof, weil es dann einfach zehn Jahre dauert. Und wir sind... Boah, ist das bescheuert. Gut, also es kann sich wahrscheinlich nur um Stunden handeln. Ich möchte auf jeden Fall alle Belohnungen jetzt mal abholen. Hannes Ramses. Wir bewerten die auch, um zu gucken, ob was Gutes dabei ist. Was haben wir noch? Hier können wir noch Sticker abholen. Hier können wir einen Raid-Pass abholen. Und hier können wir noch mal Sticker abholen. Und hier können wir noch eine Belohnung abholen. Und das ist ein wildes Glurak. Alter Schweizer. Ich glaube, da bringt der Schnellfang-Trick aber nicht wirklich was. Jetzt müssen wir erst mal zehn Jahre draufhauen, bis das drin bleibt. Egal. Ha, zehn Jahre sind aber schnell vergangen. Das finde ich sehr schön. Ist auf jeden Fall auch drin. Beziehungsweise, wenn wir es eh hier haben, dann können wir es ja auch gleich bewerten. Komm, wir bewerten es gleich mit. Ist ein 98er? Ja. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht. Letztens hat einer gefragt, hey Ramses, hast du einen Glurak für mich? Das würde ich sogar wegtauschen, weil ist ein 98er. Brauche ich nicht. Fertig. Hat Feuersturm. Die alte Sau. Wir gucken mal ganz kurz rein, wie viel die zwei Kollegen hatten, bevor das vergessen wird. Flampion war schlecht, Galaporender auch nicht so heftig. Suchen uns den nächsten Account nach Hannes Ramses. Gab es nämlich Iams Ramses. Den lassen wir aber mal kurz aus und gucken kurz auf King Ramses. Der vierte, hier haben wir nämlich Mega-Energie zum Abholen. Okay. Dann haben wir hier die Belohnung. Also das meiste, was man bekommt, ist wahrscheinlich das Flampion, weil das ja aus der ersten Aufgabe direkt immer mit rausfliegt. Brauche ich da jetzt, brauche ich da Bonbons, brauche ich nicht, weiß ich nicht. Gelbe Beere jedes Mal. Wir lassen mal die Beere weg, wollen nicht so knauserig sein. Außerdem sehen wir ja gleich, wie viel wir haben. Wir haben 520, das reicht erstmal. Das ist auch wieder schlecht, okay. Ey, das ist, warum ist das so schön gemacht? Da hätten die das nicht einfach so lassen können, dass ihr da drin seid und einfach euer Ding macht. Anstatt jedes Mal wieder komplett rauszufliegen. Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder ein Porenda und ein Glurak. Aber Glurak nehmen wir mal mit. Wie ihr seht jetzt schon, der ist natürlich deutlich schlechter. Hat nur 1196, der andere hatte über 12, 1223, 1226 irgendwas. Egal, wir nehmen uns die ganzen Gluraksen mit. So, einfach fabelhaft geworfen. Eins, zwei und er kommt wieder raus. Das sind so Teile, da könnte man auch mal eine Silberne nehmen, aber auf der anderen Seite braucht ihr auch keine Silberne nehmen, weil er kann ja eh nicht fliehen. Also wenn das jetzt ein Raid-Pokémon wäre, dann könnte man mal eine Silberne nehmen. Bei Despota habe ich das gerne gemacht, um da einfach viele Bonbons mitzunehmen. Aber wenn die aus den Aufgaben sind und nicht fliehen können, dann habt ihr ja unendlich Versuche. Solange ihr hier Bälle habt, könnt ihr also draufwerfen. Und dass alle Bälle komplett weggehen, glaube ich eher nicht. Ich habe zwar jetzt nicht mehr so viele Hyperbälle. Ich habe die alle weggeschmissen, habe gestern, aber egal. Ja, tut mir den doch rein. Ich glaube, die Gluraks muss ich auslassen. Die Gluraksen. Und er ist drin, dann wird das letzte wahrscheinlich trotzdem der Skala vor Render sein. Oder es ist eine andere Aufgabe, das kann natürlich auch sein. Nicht jeder löst die gleichen Aufgaben, wir können euch das ja auch nochmal zeigen. So, schlecht. 10, 10, 15 war das, glaube ich. Ich komme darauf nicht klar, wie man das abholen muss, ja. Der hat das Schilling dann gemacht in seinem Video, der hat das alles zusammengeschnitten, oder? Deswegen hat man gar nicht gesehen, dass das so doof ist. Ähm, Kindwurm, okay, hat der andere Account noch nicht fertig gehabt, die Aufgabe, aber Kindwurm ist schön. Kindwurm müsste jetzt ja auch am Dienstag im Drachenfeen-Event vermehrt auch spawnen, auftauchen. Vielleicht schmeißen sie die auch in Raids wieder rein, keine Ahnung. Das, 14, 14, 14, machen wir auch mal hier einen Favoriten-Stern dran. Ey, das dauert noch tausend Jahre, es tut mir voll leid, ich hätte am Anfang doch nichts sagen sollen. Ich gehe mal kurz runter und gucke mal beim Ramsinador drauf, ja. Ramsinador hat hier auch einmal Rauch, einmal Mega-Energie, einmal hier Sticker, dann hat er hier Pokémon. Er hat auch einen Flampion. So, Flampion raus und zurück und wieder drauf hier. Jetzt machst du ja doch wieder den Schnellfang-Trick, ja, ich weiß, das ist... Nichts Beständiges, das ist auf jeden Fall drin. Hier haben wir... Porrenda müsste auch fix gehen. So, und zurück. Und wieder drauf. Und wieder bis runter und wieder hier rein und... Ich frage mich, wie lange sitzt der Schilling dann da dran? Wenn der wirklich jetzt 150 Leute oder so gekriegt hat, die das alle... Nicht alle ihre Aufgaben machen und der das bei jedem abholen will. Ich will trotzdem Schnellfang-Trick beim Glurak machen. Ich weiß nicht, ob er drin ist oder nicht. Sehen wir auf jeden Fall gleich, ob der noch angezeigt wird. Ansonsten, immer Schnellfang-Trick, ihr seht, geht schneller, geht fixer, macht mehr Spaß. Ey, ja, ich hab so viel Spaß gerade. Ähm... Und jetzt weiß ich nicht mal, ob's überhaupt geklappt hat. Ich hol erst mal hier oben das ab. Ist das jetzt das Kindwurm? Ne, das Capuno. Stimmt, Capuno ist auch noch drin. Hol mal Capuno noch ab. Zack, wieder raus, wieder rein, hin und her. Und... Ich glaube, ich muss daraus 10 Folgen machen. Wer guckt eine Folge, wenn die so lange ist? Jeder, Ramse, es glaub an dich. Hat aber geklappt wahrscheinlich mit dem Glurak. Denn hier ist jetzt das Kindwurm noch drin. Also Glurak müsste so, wie es war. So, gehen wir hier auch rein. Gehen wir da drauf. Manche, wie ich gesehen habe, beim Ramdusch... Ich glaube, also der Hannes, Ramdusch, der hat ja eh... Ihr seht das schon hier. Der hat Ramdusch 10, Ramdusch 9. Der hat sich jetzt 10 verschiedene Accounts gemacht. Hat da überall rumgewühlt. Ähm... Der wird ihn natürlich nicht aktiv bespielen. Der Ramsinator, wie gesagt, sieht ganz gut aus. Shiny Handa. Sieht ganz gut aus. Wird bespielt. Hier gibt es sogar 10 Sonderbonbons. Die habe ich bisher auch noch nicht gekriegt. Dann hier wieder Mega-Energie. Da gibt es wieder die Sticker. Da gibt es Rauch. Also relativ viele Items bei ihm. Und natürlich hier... Vier Pokémon-Belohnungen. Na, da freut man sich doch richtig. So, schmeißen wir wieder drauf. Gehen wir wieder rein. Drücken wieder hier. Shiny Handa. Gehen wieder zurück. Scrollen wieder runter. Alles ruckelt. Drücken aufs Nächste. Bekommen wieder das Glurak. Das Glurak kann sicherlich Shiny sein. Wenn das aus der Aufgabe hier kommt. Wenn ihr das aus dem Mega-Raid Shiny bekommt, dann kann das sicher auch Shiny sein. Ganz klar. Wir verlassen uns wieder drauf, dass das den fängt. Bevor wir da 20 Mal drauf werfen. Scrollen wieder runter. Shiny Hunter. Shiny Hunter. Mal gucken, ob ein Shiny dabei ist. Wir haben ja noch zwei Versuche. Kindwurm war es nicht. Vielleicht beim Capuno. Das ist gar kein Capuno. Capuno kam ziemlich weit oben raus, glaube ich. Dann dürfte das kein Capuno sein. Das ist sicherlich einfach was anderes. Ich mache das hier übrigens gerade, während die Mama sich zurecht macht, dass wir dann zu dem Restaurant Hibu Haus können, um heute wieder einen SAP zu testen. Es ist nämlich das zweite SAP dran. Aha. Standortveränderung. Gleich melden. Was soll das denn jetzt machen? Da stehst du normal zu Hause und irgendwie auch nicht. Ich habe ganz vergessen, dass da Galapurenda drin ist. Stimmt. Der war ja leider auch noch. So, hier ist jetzt auch alles fort. Jetzt haben wir Ramses Pladin 2. Ist auch frisch reingekommen. Ramses Pladin den ersten. Der Großgeschriebene. Den habe ich leider nicht mehr. Oh. Kann das sein, dass das alles komplett durcheinander ist bei allen? Wieso ist jetzt hier Rauch und ein Pokémon drunter und eben mal vier Pokémon-Belohnungen untereinander? Das ist alles komplett kreuz und quer, oder nicht? Oder nach was wird das geordnet? Ich dachte, jeder hat die gleichen Aufgaben und die gleichen Belohnungen. Aber irgendwie finde ich, oder kommt mir das nur so vor, dass die Reihenfolge die ganze Zeit querbeet ist. So, das haben wir hier. Das. Ich glaube, da muss ich schon wieder Mega-Entwicklungen machen die ganze Zeit. Ich habe das letztens auch nicht bemerkt. Ich hatte die 2000 Mega-Energie voll bei diversen Pokémon. Und du kriegst ja keine mehr hinzu. Also kannst du ja ruhig für 40 mal entwickeln, 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 entwickeln. Um deine Medaille zu pushen. Weil du kriegst ja eh überall wieder hinterhergeworfen. Deine Mega-Energie. Ist ja Quatsch, wenn du 2000 hast und sammelst hier 50 auf aus so einer Aufgabe. Und die sind eigentlich verloren, ne? Das sammelt es ja nicht oben drüber. Ah, Glurak. 12, 20. So, großartig reicht, oder? Ich warte auf den Tag, wo das einfach halt nicht drin ist. Und das halt einfach nur sein Ding macht. Ich glaube, wenn das Video eine Stunde geht, dann ist es halt auch so. Es geht um die Community-Belohnungen. Und da möchte ich auch alle zeigen. Und alle abholen. Das. Vielleicht ist ja doch noch irgendwas Krasses dabei. Dann kommt irgendwo ein Hunderter raus. Oder irgendein Shiny. Das soll man natürlich sehen. Wem das zu lange dauert. Der muss ja nicht gucken. Aber ich glaube, die Leute, denen die Accounts sind, die gucken sich das gerne an, was sie bewerkstelligt haben. Auch wenn das noch ewig dauert. Und? Das mit dem Glurak hat auf jeden Fall wieder geklappt. Und Porenta. Porenta. Everyday, every world, every irgendwas. Porenta. Da ist Cliff. Wom ist der Cliff? Seit wann habe ich denn ein Rocket Radar aktiv? So. Wir müssen aber nochmal reingucken. Und zwar. Ja. Ob wirklich alles weg ist. Der originale Ramses Platin. Aber nicht der großgeschriebene, sondern der kleingeschriebene. Wir nehmen hier fix alles mit. Auch die 10 Sonderbonbons. Auch den Rauch. Auch die Sticker. Dreh 30 Tage ineinander einen Pogestop. Das kann noch niemand gelöst haben. Jetzt denkt man aber, das ist halt ganz unten die Aufgabe. Aber unten habe ich doch schon Pokémon abgeholt. Das weiß ich nicht, was die machen. Das erschließt sich mir nicht. Ja. Du verwurmtes Kind. Und. Hä. Ramses Belohnungsabholvideo war ja genauso krass wie sein GBL Video. Er regt sich da genauso sehr auf. Und man merkt, wie er einfach überfordert ist. GBL und Belohnung. Ist beides dasselbe. Ja. Kommen wir mal bei der Reihenfolge nach jetzt hier. Jetzt wollte ich sagen, da ist bestimmt wieder Porenta drin. Jetzt ist es natürlich Flambion. Also ich erkenne kein System. Außerdem muss ich ja eigentlich noch alles bewerten, was dann da drin war. Das kommt mir doch hinzu, weil ich es jetzt gerade nicht bewerte. Ich dachte, ich bin schlau und spart Zeit. Aber irgendwie. So. Komm her. Porenta. Zack. Weg ist es. Da fliegt der Ball noch rum und er spielt Baseball mit seinem Lauch. Lauchstängel. Ja. Mit seinem Lauchstängel. Och nö. Guck mal, noch ein paar Ränder. Ja, das hat ihn eben nicht gefangen. Ja. Ich vertraue aber drauf, dass der jetzt fängt. Auch wenn der schon wieder sonst wo rumrennt. Der Spinner. So. Suchen. Okay. Und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder rein. Und es ist gefangen. Und wir haben hier sicherlich noch ein Glurak drin. Und ein Kapuno. Zack. Kapuno. Gegönnt. Glurak. Da haben wir uns wieder das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Bei dem müsste ich jetzt aber mal warten kurz. Sonst muss ich nämlich nochmal da rein. Also bei dem muss ich jetzt gucken, ob der drin bleibt. Ich habe auch schon drauf verzichtet, jetzt hier Schnellfang-Trick zu machen. Denn da muss ich nicht nochmal auf den Account gucken, ob der drin geblieben ist. Wenn ich schon sehe, dass der drin geblieben ist. Ja, ist er. Kann ich ja jetzt trotzdem raus, um das zu überspringen. Ihr könnt jederzeit überspringen. Das ist... Was ist das für ein Spiel, man? Einfach komplett. Ne, das ist doch eine gute Sache. Ramon und Adi. So. Hat kein Team. Hat Sticker. Hat eine Pokémon-Belohnung. Und noch eine. Jetzt wieder unten. Und es ist... Was ist es? Es ist ein... Aber das sind das doch... Erlöse 20 Krypto-Pokémon. Ich blicke nicht durch. Jetzt ist es... Vorhin war Flampion oben, jetzt ist Flampion unten. 600. Ist das gut? Wie viel hat denn das andere gehabt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, die letzten haben immer so 500 irgendwas gehabt. So. Ramon und Adi müsste jetzt ja eigentlich nur noch eine Aufgabe... Jetzt steht oben erledigt. Achso, ja. Das war ein Sticker, den ich abgeholt habe. Dann gibt es hier noch eins. Und zwar das. Und es ist Borenda. Glurak. Ey, das ist richtig lustiges Berufe raten, ja. Nur halt ohne Berufe. Ja, gucken wir mal kurz, ob das passt. Es war weder großartig noch irgendwas anderes. Hat dreimal gewackelt. Wir wissen also, der bleibt drin. Gehen also wieder rauf. Müssten jetzt zu den Ram-Dusch-Accounts kommen. Schon. Dann. Ram-Dusch. Die ich trotzdem glaube ich, aber... Obwohl, die haben auch Belohnungen. Ey, wie viel Sticker braucht man eigentlich? Haben wir noch Sticker? Gar keine mehr? Hast du noch Sticker? Ey, wir würden so kleben jetzt, wenn wir noch Sticker hätten. Ram-Dusch 9. So. Ram-Dusch 10. Aber wir müssen trotzdem in den 9er nochmal rein, um zu gucken, ob das gefangen hat. Ja. Und die 10. Und nochmal die 10. Wir sehen, der ist Level 10, anderer war Level 11. Dann ist es bestimmt wie eben bei dem anderen. Und hier ist auch ein Flampion drin. Kann ja nicht shiny sein. Welche Aufgabe ist die Flampion-Aufgabe? Jetzt kurzes Preisrätsel für euch zwischendurch. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Ich blicke langsam nicht mehr durch. Der hatte gar nichts. Den haben wir durchgeschaut. Den haben wir ausgelassen. Beim Ram-Dusch muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Hat das jetzt gezählt? Ja. King Ramses. Hatten wir den abgeholt? Ja. Also bleibt eigentlich nur I am Sir Ramses übrig. Was ich als den Heftigsten gesehen hatte. Von den Belohnungen her. Aber gut, die anderen haben natürlich gut aufgeholt. Weil hier ist eigentlich alles. Alles. Alles fertig. Außer 30 Tage hintereinander. Pokestalk. Mittlerweile weiß ich auch, wer I am Sir Ramses ist. Das ist nämlich der Krypto-Saphir. Also der Gabriel. Und das finde ich richtig herrlich. Das holen wir auch jetzt einfach direkt nach der Reihenfolge ab. Aber nicht erst die Items und dann den anderen Mist packen. Was gibt es eigentlich, wenn man alle Aufgaben bei einem abholen kann und lösen kann? Gibt es dann nochmal einen Bonus oder ist es dann halt einfach fertig? Es ist wahrscheinlich einfach dann fertig. Aber ich finde das schon cool. Also dass der halt das am aktivsten mit betreibt. Und halt einfach so. Andere siehst du, die sind Level 1. Nächsten nach sind sie Level 40. Da wird gern mal unter die Arme gegriffen. Aber der Gabriel, der ist einfach eine Maschine. Der Gabriel, der braucht keine Hilfsmittel. Der Gabriel, der ist das Hilfsmittel selber. Den setzt man ein, wenn nur der Mann ist. Und dann, Shang Long, du hast einen Wunsch frei. Dann wünsche ich mir den Gabriel her. Zack. Und Shang Long sagt, boah ey, mach bitte was, was nicht so heftig ist. Weil ich bin auch nur ein Drache. Ich kann auch nicht zaubern. Na gut, er kann freilich zaubern. So. Wo rennt der immer so rum? Ich verstehe es nicht, was der da macht. Obwohl, wenn es so weiter geht, sind wir gar nicht länger als das GBL-Video. Aber trotzdem für die meisten uninteressant. Aber eigentlich, selbst wenn es 5 Leute gucken, hat es wenigstens 5 Leute erreicht. Und vielleicht ist es ja, oh, kaum Alado, ich raste aus. Da nehmen wir jetzt aber hier mal eine gelbe Berry. Und machen trotzdem wieder den Schnellfang-Trick. Und es war nur großartig. Hätte ja shiny sein können, ja. Ja, bis jetzt habe ich nicht so viel Glück, wie der schillernde Schilling, der einfach irgendeinen, ich glaube, Kindwurm war es, rausgezogen hat. Das habe ich, ich gucke eigentlich nie Schilling, aber komischerweise, das habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, glaube ich, wieder wegen dem Videotitel dieses, die Dings-Belohnungen sind so overpowered, so mega krass und so heftig, dass ich dachte, ach ja, was denn, zeig mal. Dann habe ich gedacht, naja, gut. Ist jetzt nichts, was mich unbedingt vom Hocker haut, aber für so einen normalen Legit-Spieler, wenn der da einfach immer mal so einen Capuno und Kaumalat hinterhergeworfen bekommt, was ja trotzdem selten spawnt in der Wildnis und ihr eigentlich so gut wie nie sehen könnt. Also, das ist schon was Besonderes, ja klar. Ich glaube, Glurak fehlt noch, oder kommt das jetzt, wenn wir Lotto spielen, Glurak, zack, Glurak ist am Start. 12,22 und das müsste jetzt wirklich der Letzte gewesen sein. Ja, Mann, mein Daumen ist so groß, mein Finger ist so dick, mein Daumen ist so groß. Jetzt habe ich wieder sonst wo hingeworfen. Ja, dann werden wir eh jetzt hier sind, dann können wir das jetzt ja auch vernünftig machen, ja. So. Das war zwar nicht vernünftig, aber egal. Haben wir erstmal draufgeschmissen. Er bleibt auch drin. Ich würde so drin bleiben, ich sag's dir. Glurak nochmal mit Bonbons dazu und jetzt gehen wir nochmal fix rein und bewerten die kurz nochmal durch. Also, wir haben ja, hier haben wir angefangen, wir gehen nochmal kurz die Bewertungsbildschirme durch. Das war nix, das war nix, das war ein 98er, das ist also ganz vernünftig. Hier noch ein Flampion, noch ein Glurak. Das sieht auf jeden Fall gut aus, so mit diesen Werten. Noch ein 98er, diesmal sogar mit 15 Angriff. 12,35, da können wir auch mal einfach die Glurakse hinterhergeschmissen. Das wird meine Glurakse-Armee. Capuno, 15. Eine Schweigeminute. Ja, der geht auch, das sind 98, 96, 93, weil drei Striche fehlen. Schon wieder Gluraks. Da müsste das, wenn vier fehlen, dann natürlich ein 91er sein. So kann man gleich ein bisschen Allgemeinbildung auffrischen. Zwei Striche fehlen, also ein 96er Flampion. Rest braucht man eigentlich gar nicht sich angucken. Wenn mehr als vier Striche fehlen, dann, weiß ich nicht, ist es eigentlich eh uninteressant. Also guckt euch immer nur an am besten. Wenn alles voll ist, dann wisst ihr es ja eh. Oh, hier, guck, für die Hyperliga. Nein, für die, keine Ahnung, ob man damit irgendwas macht. Ist auf jeden Fall, weil der Angriffswert der geringste war. Zwei 98er Glurak rausgezogen, die ich theoretisch eigentlich gar nicht brauche. Also, joa, wie sieht es aus? Wart ihr dabei? Ja? Habt ihr euch hier im Video wieder gesehen? Ihr könnt ja nochmal gebündelt drunter schreiben, wer ihr seid. Bei den meisten, wie gesagt, weiß ich es eigentlich bei... Hä? Habt ihr die vergessen? Ne, das scheint eine normale Anfrage gewesen zu sein. Nicht über das Empfehlungsprogramm. Also ihr könnt ja gerne nochmal drunter schreiben. Wenn ihr euch hier drin gesehen habt, wie gesagt, bei den meisten weiß ich es. Bei manchen habe ich es wieder vergessen. Und danke trotzdem an alle nochmal, die da mitgemacht haben. Und wer noch mitmachen möchte, da ist nochmal der Empfehlungscode. Wenn ihr noch Bock habt, euch einen neuen Account zu erstellen, mich darüber zu adden, am besten drunter schreiben, wie der Account heißt. Also ich auch gezielt den annehme, der über das Empfehlungsprogramm kommt. Außer ihr nennt euch irgendwas mit Ramses. Dann kann man sich das eigentlich denken, dass das darüber kommt. Danke trotzdem an jeden, der bis jetzt mitgemacht hat. Wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr. Und ich glaube, wenn ich die 50 voll habe und so, dann können wir nochmal Bewertungen, ach, nochmal Belohnungen abholen. Vielleicht ist das trotzdem interessant. Bei anderen holen wir den Rest ab und so irgendwann. Also jo, ne? Und wie viel habt ihr auf eurer Empfehlungsmedaille? Tut mir leid, dass ich euch da nicht helfen kann. Denn wenn da jetzt einer kommt und sagt, Ramses, kannst du dir bitte 50 neue Accounts machen und mich damit adden? Das ist unmenschlich. Und wenn dann der Nächste kommt, ich kann ja nicht dieselben wieder nehmen. Ich müsste mir nochmal 50 machen. Weil man kann ja nur einmal einen Code nutzen und eingeben und das war's. Das heißt, ich als Einzelner kann nicht jeden von euch bedienen. Aber ihr seid so viele, ihr könntet mich bedienen im Handumdrehen, ja? Jetzt müssten nur 50 Leute sich bereit erklären, einen Account. Wenn ein Einzelner einen Account macht, ist das für den einen nur ein Account. Aber wenn einer sich 50 macht, das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir gehen jetzt gleich Sap essen. Also das Schinkensap ist, glaube ich, dran. Versuche ich dann noch gleich hochzuladen, auch wenn wir wieder da sind, bevor dann heute Abend chill mit Ramses ist. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.